Wo ist die Leiche? Es gibt keine Leiche Es gibt keine Leiche Weil ich das einfach machen muss Schau, wenn du von hundertmalen einmal recht hast, bist du immer noch ein Trottel Ja, ich hab's ziemlich gut gecallt heute, das musst du schon sagen Das Beste Ich bin schon wieder weg, what the fuck Schon wieder weg, what the fuck Das ist die Leiche Ich denke, das ist ein Internet, wenn du sie selbst in der Bezahein Okay, ich habe die Leiche jetzt mal nicht gesehen, aber sie liegt in storage. Schicks wahrscheinlich beim Benzinkanister, weil ich wollte da gerade hingehen, und da ist der Report-Button gewesen. Also ich habe Glotionslieb gesehen. Wir waren O2-Weapons und Cafeteria. Der war auch da. Ich bin nur froh, dass Markus tot ist. Alter! Der ist rausgeflogen! Das Einzige, was ich vorher gerade gesehen habe, ist, dass Bear von Navigation mit mir runtergelaufen ist. Da habe ich mich kurz in Communications versteckt, weil ich ihn im Verdacht gehabt habe. Und Zerg ist von Links gekommen, von Storage. Okay, aber ich habe in Communications den einen Tasks da oben gemacht. Welchen? Schaltern? In Storage? In Comin, hat er gerade gesagt. In Com. Achso, in Com. Was für Schaltern? Nein, die Schaltern sind doch keiner. Keine Ahnung. Ich glaube in Communicating, in Wirring, oder? Wo sind die Leichen jetzt gefunden worden? In Storage ist die eine Leiche gefunden worden. Und Zerg kam eben gerade aus Storage. Und Mark ist disconnected. Ja, ich habe nicht aus Storage, ich komme aus Com. Nein, du bist von links gekommen. Ich wohnte für den Zerg. Ja, das ist aber sehr verdächtig für dich jetzt. Ja, aber ich muss schon sagen. Ich habe alle drei Tasks in Electrical gemacht. Das war Wirring, das war der Schalter. Warte, Moment. Nadine, hast du ihn sehr gesehen im Electrical? Ja, ich habe ihn nicht gesehen. Aber ich... Und er ist sehr verdächtig. Ja, sorry. Aber er stimmt schon, er ist aus Storage rübergegangen in Com. Aber auf der anderen Seite... Ja, er kam halt aus Storage rüber. Und wie gesagt, die Leiche lag relativ unten. Und du gehst normalerweise unten entlang, wenn du von Electrical rüber gehst. Nein, ich bin... Dort? Nein. Nein, es ist geskippt. Es wurde geskippt. Es ist... Komisch. Komisch. Ich habe mir geil hinbe purely von... B Collings dich wirken. Ich bin mir dann sicher und schmecken, weil wir es auf alle소� יודעiert. Und es ist knopig wiege sein. L happiness ist neben dem Technik. In reg思 humano. Und wenn ich bis circa 30 Minuten, würde ich dir das Uni hören will... Es hat etwas vonaldem 1 bis 12 Jahren Zeit. Das war's für heute. Bär, was hast du gerade gemacht? Ich habe die Task hier gemacht. Die was? Die Task. Ja. Welche? Ja. Die Wiring. Was? Okay Bär. Er ist halt von der linken Seite vom Band gekommen und da gibt's kein Task. Es gibt keine Wiring, zumindest im Medbay. Ja. Ich bin halt reingekommen zum Sample abholen und er ist von der linken Seite gekommen. Andere Frage, äh, Sörg, was hast du gerade vor dem Tanz gemacht drüben bei Navigation? Ich hab das Viren gemacht. So raus, kurz reingeschaut, wieder raus geschaut. Nein, du hast nicht das Viren gemacht. Das hätte ich auf der Kempze. Ich hab das Viren gemacht. Ja. Du warst drinnen in Navigation, bist dann rausgerannt, kurz. Ja, aber ich hab nicht... Du bist dann reingekommen in Navigation, dann paar Sekunden später bist du rausgerannt, bist du runtergerannt zum Band, bist du wieder reingekommen in Navigation, also... Nein, 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 das stimmt überhaupt nicht. Ich bin, ähm, ich war drinnen, hab das Viren gemacht, bin runtergegangen zur Communications, war mir nicht sicher, ob ich alle Tasks fertig gemacht hab und bin nochmal zurückgeschaut, weil ich vielleicht nicht alle Tasks dort kenn. Wie bist du mir jetzt hinterhergekommen? Äh, a, dafür gibt's eine Karte und b, äh, wie gesagt, Viren, Viren ist draußen. Ja, die verwende ich nicht. Also, ich find's komisch, entweder hat der Serk irgendwas zu verbergen oder der Glotze will ihn voll eins reinhürgen, aber der Glotze ist vorher auch schon auf den Serk losgegangen. Ja, ich glaub, das ist wirklich der Glotze. Aber ich bin vor allem urlange mit dem Glotze mit... Ich mein... Ja, aber stimmt doch. Glotze, oder? Ich find's komisch, jetzt sind wir nicht voneinander. Ja, ich find's wirklich sehr merkwürdig, weil es gibt wirklich einen Weiring dort. Warum? Awww! Kriegen wir jetzt beide wohl? Nein. Nein. Unentschieden. Könnt's auch den Fehlauspässe machen. Pfff. Ich behalte dich jetzt im Kopf. Nach dibuj sein, ich möchte noch das mal anfängt. boo... Was im Kopf am Gehirn auf untertiten Jean... Dich. Ich habe den Code eingedrückt. Ja, ich gehe jetzt mal die Runde gar nicht mal auf dich los, sondern Roli, du hast mir gerade zugeschaut, wie ich den Task in Electrical oben rechts gemacht habe, das mit diesen drei Drehdingern. Hast du da gesehen, dass Bär in Electrical reingelaufen ist? In Electrical reingelaufen, ja. Nein, aber ich will es mal Roli hören, ist Bär an dir vorbeigelaufen und nach links gelaufen? Nach links in die Ecke oder was? Ja. Ich weiß nicht, ich habe gerade diesen Task gemacht, ich habe eigentlich nichts gesehen außer meinen Task, aber ich finde es eigentlich komisch, dass du nachher abwogen bist, wie wir sind ja danach O2 drauf und auf einmal bist du ins Admin reingelaufen und ich war alleine Richtung O2. Warum bist du nicht mitkommen? Ja, im Admin einer oben in O2. Okay. Gott sei Dank ist dein Joli dann bestimmt. Das ist gerade interessant, weil du bist in Entfernung gestanden, bist unten auf der Höhe von dem Schrank gestanden und hast mir zugeschaut, wie ich einen Task gemacht habe. Du hast keinen eigenen Task gemacht, also jetzt bin ich eher verwirrt. Ich war rechts oben bei den Wire-Dings. Okay, vielleicht war es einfach Synchronisationsproblem gerade, aber interessant. Du bist aus der Zeit. Du bist aus der Zeit. Die Common-Role ist doch auch unten gestanden, also oben bei den Energy-Dings. Alter. Also, Klotz, das ist schon komisch jetzt. Eine Runde, wie ich sie irgendwann am Rhein reiten. Nachdem wir alleine bei Electrical waren, habe es nicht gemacht, habe mein Task gemacht und Bär ist auf einmal links oben. Ja, er ist vorher auch schon so komisch, als mit Bär links unten rausgekommen. Ich weiß auch nicht, aber Klotz, sie hätte mich dreimal umbringen können, aber er hat mich stattdessen reportet. Nein, dieses Mal habe ich dich nicht reportet, sondern ich habe Bär reportet, weil Bären wie komisch vorgekommen ist. Alter. 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 Alter, jetzt ist der Tast nicht fertig. So, das kann nur Kitora gewesen sein, Roli habe ich ganz zum Schluss noch gesehen. Ja, ich habe Serk auch gesehen. Wo? Ja, das kann nicht sein. Wir sind von der oberen Richtung gekommen. Ich war gerade in Admin-Icon gesperrt, da waren beide Türen zu, nach oben und nach unten. Ja, ich weiß nicht. Es ist jetzt 50-50, sorry. Ich muss einen Entschuldigung treffen. Serk kommt mir schon die ganze Zeit seltsam vor. Er ist nämlich auch in... Nein, 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 warte, warte, warte. Ihr fangt gerade auf! Beim davorigen O2 ist er nämlich... Ich habe keinen Slick gesehen. Sorry. Ich habe auf dich gewoten. Weil ich tot bin. Auch wenn es jetzt falsch ist, es ist 50-50. Der Rohle kann es nicht gewesen sein. Der war bei mir. Sorry. Wow. Unfassbar. Die exakte Rohle hat vorher eine Chance gehabt, mich umzubringen in Electrical. Ja. Und ich glaube immer mal, dass er einfach ein Synchronisationsproblem war. Dass er einen Task gemacht hat, obwohl er an einer anderen Stelle gestanden ist. Das kann passieren. Äh... Ich bin aber trotzdem allein schon für den Navigation-Tanz. Für Zerg. Weil das sieht komisch aus. Ja. Ich sag, es ist für Zerg. Ich sag, es ist für Zerg. Also... Oh, mein Gott! Pssst! Hey, Seil, es ist Sensor! Du, du bist der dümmste, Alter! Du bist der dümmste, Alter! The- Du bist derELL-E-N-F muse. Du bist der verstanden. Ich sag, es ist ein Blatt. Du bist der Verrsch. Du bist der händler-E-Nein. Du bist der… Du bist der Freunde. Du bist der Verrsch. Wir sind angeneh-Ein? Du bist der Zeit. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich glaube, dass es Klotze war. Weiter Klotze war es als einziger, dass ich nicht fähig bin, die Communications zu fixen. Und was genau war er? Es ist niemand gestorben. Macht Tasks, ihr Dudel. Ja, warum machst du jetzt Emergency Meeting? Wir machen einfach Tasks zu Ende fertig. Es ist nichts passiert. Okay, cool. Dann glaubt es hört. Tschüss. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Vielen Dank. Was ist da jetzt, Alter? Alter, bitte, welcher Task fehlt noch? Was ist da, Alter? Ich wollte wissen, wie das ausgeht. Alter, ist da nirgends. Wartet, der Fall. Wer war jetzt wirklich dem Posters da? Ja, Oli. Oli und Bär die ganze Zeit, meine Fresse. Christoph, falsche Digga. Alter, sein Sankt, der Bär, 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 der Bär. Ja, ich glaub, das war wirklich Taktik, dass er mich nicht gefehlt hat. Was glaubst du? Du bist der freie Hustler, du Volkdrockler, Alter. Ja, wirklich. Alter. Ne, Philipp, was du nicht gemeint warst, eventuell irgendwie. Ich frag grad Marjo, ob ich glaub, der zockt grad, wer oder wer oder so. Nerd. Tschüss, Opfer. So, Roland, erklär mal jetzt bitte mal, warum du mir im Kreis rumgelaufen bist, im Storage. Alle Türen sind geschlossen. Weil ich Angst gehabt hab, alle Türen waren geschlossen und du bist da gestanden und ich wollte weglaufen, du bist mir nachgelaufen. Nein, 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 du bist mir nachgelaufen. Blöd, ich bin weglaufen von dir. Nein, 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 du bist in die andere Richtung gelaufen, du bist ein scheiß Lügner. Ich fand ein bisschen komisch, dass Sörg gerade von dem Reaktor weggelaufen ist, obwohl der gerade... Ja, weil ich super reporten wollte, weil ich im Storage eingeschlossen war. Ja, es geht aber nicht mehr. Man kann nicht transporten, Christian, während Reaktor. Ja, ich war schon, wo ist die Leiche? Es gibt keine Leiche. Ja, das will ich ja gerade von Philipp wissen. Warte, es gibt eine Person, die es vielleicht noch weiß, die bestätigen kann, wo ich gerade war. Deswegen möchte ich gerade noch wissen, wo die anderen waren, damit wir uns nicht verraten, wo wir waren. Wo war der Roli, Christian? Der Roli war mit mir in Storage eingeschlossen. Oben war geschlossen, links war geschlossen. Das muss ja Ehrlichkeiten her gewesen sein. Du bist mir von Upper Engine entgegengekommen in Richtung Cafeteria. Ja, natürlich, weil ich reporten war. Ja, aber du musst ja die ganze Runde Lower Engine, Upper Engine, Cafeteria gerannt sein. Das muss ja ewig her. Ja, weil mir eine Taroly nachgelaufen ist. Du bist mir nachgelaufen, oder? Nein, nein, das stimmt überhaupt nicht. Nein, aber ich will ja nur sagen, Taroly war da von Ewigkeit. Martin ist auf alle Fälle Weapons gelegen. Er ist Weapons gelegen. Weapons. Oben, rechts, oben. Und ich war Navigation, bin dann Oxygen gewesen, weil ich glaub, dort ist der Alarm. Dann ist hinter mir, ich bilde mir ein Bär gewesen. Bär ist dann vor mir gelaufen. Habe ich den Report gemacht? Wir haben zwar jetzt keine Reiche. Genau, du bist aber dann vorbeigelaufen beim Eni. Er ist unterm Sessel gelegen. Deswegen hab ich schon kurz geglaubt, dass du da im Poster bist, weil du ihn nicht reportest. Nur Dean war es nicht. Nur Dean war im Electrical. Habe ich gesehen. Ja, da hole ich mein Gegenkommen. Jeder ist suspicious, okay. Aber bin mir gel think. Okay. Ja, da hole ich mir. Das ist ein Ruhig, das ist ein Ruhig. Wut? Wieso ist der Roli immer noch da gestanden? Werde wieder ich beschuldigt? Rein aus Interesse, Slick und wer war mit dir noch bei Electrical? Ich war gerade Electrical, da ist noch Slick entgegenkommen. Nein, Slick, wer war mit dir noch bei Electrical? Roli und Glotzi. Und du? Und ist der Roli bei euch noch gewesen? Ist er nicht weggewandet oder so? Ja, ich weiß es nicht. Ich bin halt eben mitgelaufen jetzt zu atmen. Was heißt, du weißt es nicht, du bist mir gerade entgegenkommen? Ja eh, du warst immer noch drinnen. Das heißt ja nicht, dass du weggewandet bist und vielleicht wieder hingewandet bist. Was ich echt fand war, dass Glotzi von oberen O2 weggelaufen ist, aber Kidora es repariert hat. Als einziger. Natin hat das untere O2 repariert. Genau. Okay, stopp, 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 stopp. Ähm, ich war gar nicht mal beim oberen O2. Ich bin dann erst hingekommen, als der Alarm losgegangen ist. Und bin dann rüber gelaufen. Ich bin oben gekommen, von Cafeteria über Weppens runter nach O2. Da war aber der Alarm schon aus, weil ich dann geschaut habe, ob dort jemand liegt. Und bin dann rüber gegangen nach Navigation, wo Kidora gewesen ist. Ja. Hm. Also nein, ich bin nicht vom oberen O2 weggelaufen. Vorsicht. Also ich habe nur gesehen, dass Zerg ist von oben gekommen, nachdem ich den O2 weggemacht hatte. Ja, aber du bist, äh, also, ähm, Klotz ist vorher weggelaufen, deshalb, hm, schwer. Ja, so wie du von dem Raktor damals, weil du vor der letzten Runde weggelaufen bist, also. Ich bin nicht weggelaufen, weil ich bin zusammen mit dem Slick von Electrical aus losgelaufen. Da bist du mir nämlich vorher, Sörg, mit der Natin bei der verschlossenen Türe entgegengekommen. Dann ist der Alarm losgegangen, wir sind losgelaufen. Ich habe, glaube ich, sogar, ach, ich weiß nicht ganz genau, wer beim Ohren zu dem Atmen einer gestanden war. Ich bin dann hochgelaufen zum anderen. Das war in der Tat sehr verdächtig, weil Nadine und ich wollten durchgehen und genau in dem Moment ist die Tür zugegangen. Das ist schon sehr verdächtig, dass es weder ich noch Nadine gewesen sein kann. Da versuchst du mir gerade zum dritten Mal was anzuhängen, ich will für dich. Müsst du zum dritten Mal? Von Oku weggelaufen, äh, unten gefiltert. Schiltermal bis hier. Das bringt mich sicher, wer um die Tasks da drinnen. Ich glaube, sie wirklich nicht umbringen. Ok. Gitarra-Sensor. ist hin. . Zinatini... Wow. wo war also ich habe slick in electrical gefunden hinten bei den task also was ist das der upload ist glaube ich hinten drin aber da war ja gerade reaktor ja ich bin also wir sind beim reaktor gewesen dann bin ich runter zur lower engine habe damals gemacht und bin zum electrical rein und der lager da wer hat den reaktor mit mir gefixt ich das stimmt war nur ein kurzer test weil ich weiß was sonst noch dann die nur noch kurz da aber der war jetzt gerade nicht im electric naja slick und ich sind dann irgendwie runter lower engine ich habe dann mein task gemacht ja ich will nicht mehr wenden kann das mann wo war der rolle die ganze zeit war ich wollte fragen ich war admin und haben wir dann die kamera angeschaut und wie zur hölle bist du in der kamera wer wer ist sind alle geld bei mir nummer eins du warst mich bei der kamera doch war ich nein da war bär der ist rumgestanden und ich habe gerade durch die kamera geschaut denn da war bei der kamera ist runtergegangen ich bin gestanden und dann ist glaubt sie reingekommen du hast jetzt am ende nicht bei der kamera na jetzt am ende nicht ich war davor bei der kamera habe mich gewundert wie die leute immer sehen können wer wo ist weil wir alle gelb sind und dann bin ich rauf in die cafeterie und habe dieses müll runter lassen wann hast du das alles gemacht während der reaktor abbrannt ist oder jetzt nein während der reaktor abbrannt ist aber da habe ich schon sehen dass zwei leute dort stehen also was soll ich dort machen in der kamera habe ich zehn zwei gäbe im reaktor und das hast du im atmen gesehen ja im atmen ich war im atmen bei der kamera den gang bis zum reaktor aber nicht den reaktor selber so ich sollte meine task fertig machen das war mein fehler ich habe gerade gelernt dass die kameras nicht der art mit hebel sind das hat ja einiges los startet das spiel ja Ja, kein Glück heute, Ene. Okay, Sörg, magst du es gestehen? Ja, weiß nicht. Wer mag gestehen? Der Sörg, weil ich bin gerade nach Dings. Wer ist der Sörg? Der Gelbe. Der Gelbe. Ah, der, okay. Ich habe nicht mehr einen Gezöter. Auf jeden Fall, wir sind bei der Leiche gewesen, der Sörg ist mit mir herumgelaufen. Ich bin gerade drinnen gewesen beim Reaktor, habe geschaut, wer ist alle da, habe mich noch gewundert, wo ist der Ene, bin rausgegangen, Sörg ist von oben runtergekommen und ich habe dann, ich habe den oberen Reaktor gedrückt und habe die Leiche sofort gefordert, das Ganze auch im Bus zu machen. Ich habe als erstes den Ehe, bevor du noch irgendwo da warst. Ich bin genauso mit dem Sörg, von der ich zum kommen, das Thema war nur, der Ene ist nicht gegen, wie wir alle raufgegangen sind, weil der Ene da. Der Philipp und ich sind hinkommen, ich war als erster da, ich habe das Ding gedrückt und der Philipp war genau hinter mir. Dann decken sie euch alle, der Ene ist nicht drin im Herk, der Pringst und der ist im Stück gelegen, im Gang. Der war im Gang oben rechts, dort, wo wir jetzt beide, du, Klotzi, Orange und ich, dann erzähl mal bitte, wo der Ene gestorben ist, weil das würde mich interessieren, wenn du es so genau weißt. Auf dem Weg hoch Richtung Upper Engine habe ich gerade die Leiche gesehen und du bist gerade von oben von Upper Engine runtergekommen. Da war aber noch keine Leiche. Dann hat es ihn gerade gekillt und ich habe gerade zufälligerweise reportet. Na, das kann ich nicht. Wer kann das beweisen? Ich weiß, ich mache mich immer wieder verdächtig, aber wie gesagt, sorry. Ich schiefe ein bisschen. Skippen oder wem, als ich sage? Ich habe jetzt geskippt, aber was machen die anderen? Ich glaube, es geskippt. Ja, es gibt. Das ist doch auch zu. Zu wenig, also zu. Extra attention auf Klotze. Oder auf Sensor Zwerg. Oder auf Sensor Zwerg. Oder auf Sensor Zwerg. Na, wer kommt jetzt gleich raus? Und da rennt der Sensor von der Leiche weg. Das ist so. In Electrical hat er rechts den Nadine umgeholzt und wollte gerade links rennen zum Band, als Ketora und ich reingekommen sind. Okay. War das hier noch ein Bestätigung? Ja. Ich habe es eh gerade bestätigt. Wen, 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 wen voten wir jetzt nochmal? Sensor. Sensor. Sorry, das muss ich glauben. Das ist... ...to obey us. Was er redet. Ja, kommt's doch mal zu dritt hier, Jungs. Machen wir zu dritt unsere Tasks fertig. Rot mit Zerg raus. Rot mit Zerg raus. Ja. Ha, ha, ha. So, können wir jetzt bitte nochmal den Fakt durchbesprechen, dass der Sensor gerade in der ersten Runde den Circus geschützt hat, indem er gemeint hat, nein, 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 mit dem bin ich ja vorher die ganze Zeit gelaufen, und da stimmt ja gar nicht, dass da die Leiche war. Ja, passt. Entschuldigung, aber das finde ich jetzt nicht sehr fair, weil das auch du ausgedacht haben, damit du dich schützt. Du bist von oben runtergekommen, ich habe die Leiche direkt reportet. Ich habe niemals jemanden umgebracht. Hast du auch gevotet wer? Ich habe auch gevotet wer. Ja, dann können die anderen beiden auch irgendwas voten. Das ist bestätigen. Okay, dann scheinbar eh so groß geschwissen. Also ich vertraue Glotzi, weil ich die ganze Zeit mit ihm rumrenne, aber 100% nicht sicher. Schauen wir mal. Ja, das ist sehr fragwürdig. Ja, mir ist es eh egal, was gevotet wird, wenn die drei... Ja, mir ist es eh egal, ich trinke meinen Alkohol und was ihr redet, ist mir scheißegal. Du könntest auf Vot verbrauchen. Dann geht's schneller. Mir ist das scheißegal, was ihr redet. Tschüss. Ja, dann drück auf Vot. Alter. Ja, es gibt Vot oder irgendwas. Meine Güte. Wann sich die Inne leicht betreut sind, dass ich recht habe. So obvious. Ja. Du hast eh recht. Du hast eh recht gehabt. Glotzi war ja der Hero. Geil mal bitte trotzdem ein bisschen weiter. Alter, hoffentlich. Und jetzt drück endlich was. Ja, eh. Fajou, obvious. Du hast das eh gut erkannt. Ich will, dass ihr... Ich frage mich, dass du mich, dass ich ihn umbracht habe. Das wäre ja noch eine Art Taktik gewesen. Ach, todeln.